Anrufbeantworter von Patrick Famo. Hinterlassen Sie mir eine Nachricht. Vielen Dank. Sie werden meine Nachricht hören, wenn Sie aufwachen. Ich habe ein paar wundervolle Jahre mit Margot verbracht. Wir haben unsere Arbeit geliebt, stolz darauf, eine moderne Bäuerin zu sein, wie sie es nannte. Bei uns in der Region stirbt man wie Margot in aller Stille. Vielleicht werden Sie dieses Mal zuhören. Mir fehlt nur die Kraft, weiterzumachen. Tetrazin. Angeblich eine unschädliche Substanz, wie der Hersteller behauptet, die die WHO jedoch als krebserregend eingestuft hat. Seit drei, vier Jahren versuchen die Lobbyisten alles, um die WHO zu diskreditieren. Und Tetrazin ist das sicherste Herbizid, das jemals hergestellt wurde. Auf den Besten. Danke. Jeder von euch weiß das und keiner macht seinen Maul auf. Während wir krepieren, wir krepieren, scheiße! Nur, dass der Verzicht auf Pestizide einen Rückgang von 30 Prozent bei den Erträgen bedeuten wird. Sie werden kämpfen müssen. Unsere Gesundheit ist in Gefahr, unsere Kinder sind in Gefahr. Manche, die es wissen, belügen uns. Das wird immer größer, das gefällt mir nicht. Guten Tag, meine Herren. Darf ich Sie Patrick nennen? Nein, für Sie, Maitre. Wir haben von Ihren Finanzproblemen erfahren. Das Beste wäre, wir einigen uns auf einen Vergleich. Ich ziehe den Fall Thuron bis zum Ende durch. Ich bewundere Ihre Entschlossenheit. Passen Sie gut auf Sie auf. Die Leute sind verwirrt, Paul. Unsere Aufgabe ist es, Sie zu beruhigen. Ich habe Angst. Ich will glauben, dass eine andere Welt möglich ist. Anständiger und menschlicher. Verdammt! Ich frage Sie also, ist es wirklich so schwer, gesunden Menschenverstand zu zeigen? Also, ich sagte, ich will nichts. Ich frage Sie mal